Kurz vor dem Spiel war ein Sensationstransfer der Köpenicker dann noch auf den letzten Metern geplatzt. Der fünfmalige Champions-League-Sieger und ehemalige Real Madrid-Star Isco wechselt nicht zu den eisernen Grundunstimmigkeiten bei den Vertragsverhandlungen. Angeblich soll beim Gehalt, sorry ich muss jetzt schon lachen, Brutto mit Netto verwechselt worden sein. Ganz schlecht, ganz schlecht. Wir schauen mal aufs Börsengeschehen nach Frankfurt zu Patrick. Patrick, du siehst es, ich kriege mich überhaupt nicht mehr ein, Brutto netto verwechselt, wie bitter. Das passiert häufiger, was meinst du, wie oft ich das hier höre, von Leuten, du, ah, netto, ist ja unfassbar wenig, ja, so, ja, ja, Gott, was soll ich sagen. Vielleicht lag es ja auch an der Übersetzung, vom Deutschen ins Spanische, vielleicht war ja auch auf dem Weg irgendwie was nicht so geebnet.